Musik 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 Ja, wir sind heute hier, weil wir dafür sind, dass dieser Krieg in der Ukraine sofort gestoppt wird. Dafür sehen wir eigentlich nur ein Mittel, keine Waffen mehr in die Ukraine zu liefern und eine Initiative von allen beteiligten Kräften. Dazu zähle ich auch die USA, denn sie ist sehr interessiert daran bisher gewesen, diesen Krieg zu verlängern. Und man darf die Vorgeschichte des Krieges nicht außer Acht lassen. Und wie hier mein Plakat zeigt, die doppelte Moral wird hier sichtbar. Also das ist erstmal genau der richtige Standort hier, weil die USA und auch die NATO, aber vorrangig angetrieben durch die USA, der Kriegstreiber immer in der Welt war. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020